Oh, wir müssen jetzt alle killen, obwohl sie eigentlich unschuldig sind und nur kontrolliert werden. Das ist bitter. Okay, und jetzt müssen wir erst mal verduften. Was ziemlich leicht sein sollte, weil die Wachen keinen guten Geruchssinn haben. Ich bin heute wieder lustig. Wupp, wupp. Hey, ich bin noch gesprungen. Achso. Ja, nice. Dann haben wir das erste geschafft, oder? Boah, noch so viele andere. Wo wollen wir das denn alles schaffen heute noch? Okay, dann gehen wir hier lang. Naja, das sieht einfach nach so einer Kampfmission aus. Ähm, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, weil ihr könnt klettern und das mache ich mir jetzt zunutze. Ah, da drüben wäre die Leiter gewesen. Ich finde es immer lustig, wenn ich, boah, wenn ich Assassin's Creed Memes sehe über Leitern. Das erfreut mein Herz. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut es euch einfach an. Schaut euch, wie ihr Assassin's Creed Memes findet mit Leitern. Oder einfach Memes über Leitern. In Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ähm, nee, will ich nicht. Muss ich die töten? Ich muss da oben drauf, oder? Ah, hier. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen. Ich dachte gerade, ich müsste nochmal... Volk von Florenz. Kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. So, Entschuldigung. Ich habe gerade nochmal rausgetappt aus dem Spiel. Ähm, und es ist was Wunderschönes passiert. Das Game hat meinen aktuellen Spielstand jetzt endlich mit der blöden Cloud synchronisiert. Und ich bin so happy darüber. Ähm, wie komme ich am besten an den Rand? Und ich würde gerne in diesen Heuhaufen, weil ich von da ganz gut rankomme. Okay, dann nutze ich das jetzt, dass der da rüber guckt. Und laufe ich schnell hier rüber. Okay, jetzt muss ich jetzt warten, bis die da vorbeigehen. Okay, dann versuche ich mal wieder meine Pistole zu benutzen. Ja, das klappt ja ganz gut. Also mit dieser Pistole, wenn man wirklich seine Angriffe plant und Zeit hat, hinzukommen. Scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits. Alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Ich will doch nur in meinen Heuhaufen. Oh, scheiße, ist der schnell. Lass mich in Ruhe, Mann. Oh Gott. Haken schlagen, Haken schlagen, Haken schlagen. Alter, warum sind die schnellen Wachen so schnell? Ihr, helft mir. Lenkt sie ab, während ich hier hochkletter. Tschüss. Ich will doch hier runter. Ich drück doch die Taste. Und ich wollte nicht so runter. Ah, Spiel. Immerhin haben wir jetzt mehr Leute für unsere Revoluzione bekommen. Ich bin noch gar nicht aufgeregt. Oh, ihr seid mir gefolgt. Und ich werde nie wieder zurückkommen. Tut mir leid. So, ich lass mich mal ganz kurz hier hin. Und dann lasst uns mal überlegen. Ich würde gerne auf diesen Aussichtsturm hier erst. Vielleicht sollte ich ihn mir auch markieren. Und ihn nicht nur anklicken und dann wieder raustappen. Dieser Hannibus. Immer schön weit weg von den Wachen. Hä, habe ich mir jetzt eine Marke irgendwo nirgendwo gesetzt? Ja, habe ich bisher dumm. So, jetzt. Da möchte ich hin. Du dummer. Und glaubt sich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch beliebt. Kann ich wohl. Seid froh, dass wir noch keine Schatzkarten von dem Bezirk haben. Ich habe schon wieder so viele Plätze gesehen, wo ich mir schon denken kann, dass da ein Schatz drin ist. Aber nein, ich bin nicht hingelaufen. Aber sonst kommt wieder Skalja. Hör mal auf. Die ganzen Schätze. Es ist so langweilig. Ein sehr schönes Lied. Warum ist da kein Aussichtspunkt? Du hast mich... Da... Da war kein Heuhaufen unter dem Aussichtspunkt. Wie? Warum? Mein Vertrauen in dieses Game ist jetzt gestorben. Ganz ehrlich. Mit dem Tod. Wegen der Abwesenheit eines Heuhaufens. Assassin's Creed. Du enttäuscht mich. Erst der Launcher und jetzt das. Und jetzt das. Ich glaube, das ist das Schlimmste am ganzen Spiel. Die Baden. Wie sie gebaden und gebären. Passt da? Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Das glaubst du, war nur du. Du dumme. Boah, wie komme ich denn an den ran? Erst mal markieren. Vielleicht kann ich mich unauffällig da hinten rumschleichen. So ein bisschen mehr Stealth und so. Oh, wie schön ich den jetzt runterziehen könnte. Aber nein, ich brauche mich an die Dachkante. La la la, du siehst mich nicht. La la la, du siehst mich nicht. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. So, jetzt. So. Hallo, warum kann ich dir nicht anvisieren? Hallo, ich will dich anvisieren und töten. Das war jetzt weird. Ich bin jetzt im Hochlaufen, habe ich den jetzt anvisiert. Oh, kann ich dich noch? Nee, ich kann ihn nicht empfangen. So, wie kann ich den da unten ausschalten? Nein, ich weiß nie, wann ich was drücken soll. Das ist doch scheiße. Hallo, was ist das hier denn doch? Ey. Das hasse ich an dem Game. So krass. Nee, das mache ich noch mal. Das regt mich so auf. Ich weiß nie, wie ich diesen Doppelsprung hinbekomme. Die standen so perfekt nebeneinander. Einfach so zum Töten bereit. Ja, geil. Weißt du was, Freundchen? Du kannst mich jetzt mal. Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch... Ich wohne jetzt nimmer. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Savonarola sind nur das Geste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk geeint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Und so sollen sie es auch in Florenz sein. So. Ihr könnt mich mal. Und die da drüben haben eigentlich alles gesehen. Aber es ist scheißegal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. So. Geh doch runter. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Nein. Die Zeiten haben... Eigentlich dürfte er mich doch... Ja. Dann nehme ich mal wieder das hier. Und dann kann ich mich doch jetzt eigentlich von hier anschleichen. Nein, das ist der Falsche. Ah, doch gut. Oh, der war auch noch dabei. Ich dachte gerade, ich hätte nur die Wache getötet. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat... Kann es sein, dass Ezio sich immer so ein bisschen selber rechtfertigt? Mit das musste getan werden und ich tue das auch nicht gerne, aber ich muss. Und das größere Wohnen und so weiter. Ich meine, er hat ja schon recht. Aber immer dieses... Es musste getan werden. Ich musste das tun, dass er das so ein bisschen für sich selbst auch versucht zu rechtfertigen. Oh, scheiße, da sind noch mehr Waffen. Ich versuche das einfach mal hier oben. Ich muss jetzt hier oben entkommen. Oh, scheeees. Scheesomanie. Alter, ich mag diese schnellen Waffen nicht.